Hallo hier und wie geht es euch? Hier ist euer Christian wieder. Ich grüße dreimal, dreimal, lass bitte. So war es. Und ich will jetzt mal die Zeit warum. Ich stehe mal rum, ich will jetzt den Fernseher einfach. Ups, ich will jetzt den hier beruhig verarscht. ich will jetzt noch etwas sagen, ich will dich einladen in das ist was für dich und ich will dich einladen in mein spiel ausprobieren hat sims und ihr wisst ja, sims ist ein tolles spiel und ich will gleich das erzählen ihr habt letztes vor, fragt, gibt es jetzt wie ich mal sims hmmm okay, jetzt, ich bin in die Plane, jetzt war es heute, euch in Spanien, sims Erster Teil, nur ein Foto, ich habe dazu noch klärt, wie er ist und genau. Und der zweite Teil macht ein Kollege von mir weiter, der jetzt merkt. Er hat handelt, gut. Und ich will euch auch rein, jetzt bitte mach mal auch die Zins rein und mal ausprobieren. Let's do things in and all. So, das war's für euch, euer Kipster.